Sinnbin, ich rette dich. Troni, du bist das. Schön, dich hier zu sehen. Aber warum bist du hier runter? Jetzt kommst du doch auch nicht mehr hoch. Stimmt, du hast recht. Ähm, ich würde jetzt über deine KI schimpfen, aber dein Erfinder hat dir wohl nicht viel Brain mitgegeben. Aber du hast sicherlich irgendwelche Roboter-Moves, um hier hochzukommen, oder? Bearbeiten rückgängig. Tschau, send du, Pika. Ach, wisst ihr? Leckt mich. Leckt mich, ich geh nach Hause. Leckt mich, Leute, ich geh nach Hause. Hi, ihr Pika. Wenn ihr wissen wollt, wo ich oben rauskomme, schaut bei SB-Typ vorbei. Ich rohre mich nämlich direkt in sein Video. Klickt einfach hier auf seinen Kanal. Ich warte so lange hier, bis ihr draufklickt. Bis zum nächsten Mal. Oh, meinл integratedets Jaune. Oh, meinst du das, überrascht?